Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal, also folgen gleich. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Support-A-Creator-Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator-Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item-Schlauch unten rechts in der Ecke auf Support-A-Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator-Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, ich möchte nebenbei mal erwähnen, dass mein 2. Kanal von GTA jetzt online gegangen ist. Der ist hier oben rechts in der Infocard verlinkt, könnt ihr gerne mal abonnieren, wenn ihr an GTA-Content interessiert seid. Und ja, wir fangen an und gehen in den Item-Shop und wir haben heute einen neuen Skin im Shop und eine neue Picke. Den Sledge und den Einschlaghammer. Wir fangen aber erstmal an auf der rechten Seite mit der Qualle. Die Qualle kriegt von mir eine Benotung von 7 von 10. Qualle finde ich ziemlich cool, gehört zum Seestern, kriegt von mir 12, ach 1200, kriegt von mir 1200 V-Bucks, kriegt von mir 10 von 10. Äh, eine Benotung von 4,135 bei 16 Wurzmeißplansquoten in die Juli 2019 im Shop gewesen, seitdem 4 mal und 6 Reminders. Äh, Elektroswing? Megageiles Teil für 500 V-Bucks, kriegt von mir 10 von 10. Von mir auch. 4,165 bei 137 Wurzmeißplansquoten in die Juli 2019 im Shop gewesen, seitdem 4 mal und 6 Reminders. Kommando? Kommando? Finde ich nicht wirklich geil, hier kriegt von mir 4 von 10. 3,755 bei 3,18 Wurzmeißplansquoten im Shop gewesen, seitdem 29 mal und 261 Reminders. Zündkerzenkünstlerin für 1200 V-Bucks, die finde ich relativ nice, kriegt von mir 7 von 10. Von mir 6 von 2. 4,5 bei 49 Wurzmeißplansquoten am 10. Februar 2019 im Shop gewesen, seitdem 7 mal und 64 Reminders. Rissbrocken, Rissbrocken. 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 juni 2019 im shop gewesen seitdem fünf waren 38 meiners dann kommen wir zu gott jack fleck für 1500 wie box gehen wir auf den stil ja das war genau das schwarz weiß ja kriegt von mir fünf von zehn 3,4 15 bei 97 wo es am 9. november 2018 im shop gewesen 9 mal 146 romanders knabberchen ja hinten das backpack finde ich cool ja ich auch dann kommen wir zu knurrer der knurrer auf die stilvorschau vergleich nur noch auch noch einmal so gut so finde ich besser ja kriegt von mir 6 von 10 6 von 10 genau 3,035 bei 360 wo es am 9. november 2018 im shop gewesen 9 mal 40 romanders das war es auch von dem set dann kommen wir zur presslufthacker die presslufthacker kann ich überhaupt nichts mit anfangen die presslufthacker oh der presslufthacker ja für 500 wie box kann ich überhaupt nichts mit anfangen mit dem teil kriegt von mir 4 von 10 3 von 10 2,5 95 bei 27 wo es am 9 november 2018 im shop gewesen 9 mal 302 romanders flauschsegel flauschsegel kann ich auch nichts mit anfangen mit diesen japanischen zeichen da oben drauf auch geht von mir auch 4 von 10 4 von 10 von mir 5 von 10 3,365 bei 28 wo es am 9. november 2018 im shop gewesen 9 mal 30- das war es mit dem set dann kommen wir zu dem einschlaghammer noch mal bitte den werkzeugeffekt ja mal bitte ein bisschen dass man das mal sehen kann okay ja ich finde die sieht sogar ganz cool aus ja finde ich ich finde die gar nicht mal so schlecht für 500 wie box ok kriegt von mir zumindest mal 7 von 10 4 von 10 eine benötigung von 255 bei einem wort dann kommen wir zum heutigen skit der sledge ja was soll ich zum selbst ich habe es gleich gesagt als ich den zum ersten mal gesehen habe das ist ein wandel in einem mülleimer so mal bitte an den rahmen sieht ein bisschen aus wie ein mülleimer wie einer der irgendwo in so einem kernkraftwerk der zukunft arbeitet ja genau also so stelle ich mir die vor in keine ahnung in 100 jahren wenn die irgendwo in irgendwelchen strahlenden was weiß ich was sind ja also schön ist ja nett ne schlage ein wie ein hammer teile es wuchtige attitüde setzt jetzt halt mal das backpack bitte ok aber reißverschlüsse gibt es noch in der zukunft dreh dir mal schnell hin und her guckt da sieht man die baumeln da unten die reißverschlüsse ja sorry aber ja also wir haben versucht zu finden aber no chance auf der map dafür haben wir den bestie core gefunden sensationelles teil sensationell hässlich und sensationelles gameplay haben wir bis jetzt noch nie ich hab den besetzt noch nie auf der web gesehen ja also ja der krieg von mir sechs von zehn ich krieg von dir sechs von zehn jahre hinter fünf von zehn 35 bei 2 votes und fünf so jetzt bewerten wir in einem shop ich sag da einem shop ist schlecht also ich gehe schon zu erhält weil die neuen items gefallen mir nicht die rechte seite ist nicht überragend dieses set der komische flauschig set ist schlecht die picke gefällt mir ja also das einzige was ich gut finde den shops und qualle genau quali und elektroswing zündkerzen künstlerin ist noch irgendwo im mittelbereich und alles andere ist wirklich unterirdisch kriegt von mir und bin ich voll ganz bei dir 1041 lovets 1312 jetzt mehr und 2619 hat es wenn es euch gefallen hat dann lasst mir gerne einen daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert unser kanal kostenlos und schreibt es nicht mehr rein wenn es wieder heißt fortan der shop mit uns bleiben bis dahin da rein und und schreibt es nicht mehr rein und schreibt es einfach mal rein und schreibt es einfach mal rein und